Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu LS22. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ob mein Aufnahmeprogramm jetzt noch offen ist. So, ich habe mich jetzt frisch eingeloggt in der Hoffnung, dass alles besser läuft, denn in der letzten Folge hat es ja nicht funktioniert. Wartet mal, ich kann doch eigentlich genau hier hin. Denn ich wollte ja hier die Steine einsammeln und meinen Helfer machen. Nein, Fanny, falsche Taste, Dankeschön. So, wartet mal. Ähm, 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 so, pass mal auf. Ich, ich, nein, ich werde jetzt einfach nochmal zurückfahren. Genau. So, dann das Ganze nochmal senken. Anschalten natürlich. So, und jetzt Helfer, mach. Das macht ja nicht, warum nicht? Was läuft hier schon wieder nicht richtig? Boah, ich könnte mich wieder so aufregen, ne? Oh, war ja, tut mir leid, Leute. Ich glaube, so wütend kennt ihr mich gar nicht, oder? So, jetzt probier's nochmal. Macht ja nicht. Ich krieg, ich krieg echt, also. Ich kann doch so nicht arbeiten. Was stimmt hier nicht? Habe ich irgendwas ausgeschaltet vielleicht? Was ist, wenn ich auf... Ähm, das ist auch jetzt, glaube ich, der... Ähm, Helfe einstellen. Erster Wegepunkt. Ich habe keine Ahnung, Geräte. Versatz horizontal. Das macht ja nicht, Leute. Ich kriege meinen Helfer nicht aktiviert. Boah, ist das übel. Das ist ja so übel. Das ist richtig übel. Macht der Helfer die Steine-Sammlung nicht mehr? Ansonsten schalte ich das Ding dann aus. Ist mir egal. Warte mal, sammelt der denn überhaupt die Steine ein? Ich hab's doch das Gefühl, er sammelt da nicht ein. Wartet. Ah. Ah, das nervt mich wirklich. Das finde ich nicht schön. Ich hab doch... Oder ist mein Steine-Sammler... Mein Steine-Sammler ist doch gar nicht voll. Ach, der sammelt auch nicht ein, oder? Der sammelt noch nicht mal meine Steine ein. Ne, jetzt ist hoch. Jetzt ist runter. Habt ihr auch so das Gefühl, dass meine Steine nicht eingesammelt wären? Guckt euch das mal an. Egal, wo ich hinfahre. Da, seht ihr? Die sind ja nicht eingesammelt. Ist mein Steine-Sammler kaputt? Weil... Weil Steine sind doch hier drauf. Ich raff das nicht, Leute. Ich raff das heute echt nicht. Ich glaub, ich bin zu blöd. Und warum ist jetzt hier gedüngt? Ich raff das tatsächlich nicht. Was läuft denn hier heute wieder? Okay. Ich hab keine Ahnung, meine Lieben. Ich weiß nicht, was hier läuft. Ich weiß es nicht. Achso, ich fahre in die falsche Richtung. Entschuldigung. Ähm... Ich... Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich bin jetzt völlig überfordert, Leute. Kann es sein, dass es durch das neue Update irgendwie das Spiel nicht mehr so läuft, wie das laufen soll? Dass es eigentlich immer verschlimmbessert wird? Anders kann ich mir das nicht erklären. Ach, komm, ich stelle ihn jetzt hier hin. Ach, komm, ich stelle ihn jetzt hier hin. So. Das Feld hier vorne. Also nicht das jetzt hier, was ich bebauen will, sondern das andere, was ich gestern da mit den Beinen eingesammelt habe. Das brauche ich nicht kalten, soweit ich weiß. Denn, ähm... Ich glaube, das muss man doch nur bei jeder dritten Ernte machen, ne? Und das wäre jetzt meine zweite. Also das war jetzt hier meine zweite. Demnach muss ich das erst nach dem... Muss gewalzt werden. Unkraut wachsend. Ja. Gut, ähm... Ich gucke mal, ob ich... Mulcher, ne? Mulchen wäre, glaube ich, jetzt nicht verkehrt, um die... Äh... Dingsen zu machen. Mulcher. Wo finde ich einen Mulcher? Da. Drei Meter. 1,4. Ach, ist ja süß. 5,6. 5,8. 6 Meter. Was kostet mich da Spaß? 25.500. Was ist, wenn ich das Ding nur miete? Ne, ich wollte das nicht konfigurieren. Ich wollte... Mieten. Okay, dann miete ich mir das Ding jetzt erst mal. Solange ich mir nichts leisten kann. So. Ähm... So, häng das mal ab. Das brauche ich jetzt nicht. Ich habe jetzt ein bisschen Frust auf meinen Steinsammler. Weil mir rennt die Zeit weg, ne? Also ich meine, gut, ich habe jetzt... Hoppala. Ich habe jetzt Echtzeit eingestellt. So kann ich mir dann doch ein bisschen Zeit lassen, nehme ich an. So, Mulcher. Wo bist du? Da bist du wohl. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob ich überhaupt meinen Traktor ziehen kann. Ich glaube, das ist ein ganz schickes Teil, oder? Nehme ich mal an. Oh Gott, komme ich jetzt hier durch? Nein, ich komme... Oh, wartet mal. Scheiße. Momento. Äh, nein. Damit ich zuklappen. Ach, die Dinger sind ja immer aufgeklappt, ne? Wenn man die kauft. Dann klappt das nämlich auch mit meinem Durchgang hier. Hoppala. Ey, warum lenke ich denn nicht? Was ist denn jetzt los? Also irgendwie... Ist das alles merkwürdig heute schon wieder? So, okay, dann klapp mal auf. Ähm, mit X. So. Ne, ne, nicht zu... Fanny, wirklich, was machst du? So. Okay, dann mit V senken. Mit B anschalten. So. Und schon werde ich wieder schief. Ach, hört doch auf. So, geht jetzt der Helfer? Ja, der Helfer geht jetzt. Okay. Ja, dann ist irgendwas mit den Steinen nicht in Ordnung. Gut. Gut, gut. Okay. Okay. Ah. 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 Wollte mal ein bisschen Screenshots machen. Nein. Welche Taste? Was? Bildschirmfoto wurde in der Galerie gespeichert? Okay. Gut, dann mutte mal weiter. Ich gehe mal aus dem Weg. Quatsch. Hänge das auch mal ab. Was muss ich jetzt auf dem... Ja, gut, jetzt kann ich die Steine nicht entfernen. Das heißt, meine Geräte gehen kaputt, richtig? Ach so, ich könnte ja nochmal... Ach, meine Spritze ist oben, ne? Gut. Erstmal in den Kreis. In den Kreis gefahren. Spritzer. Die ist da vorne. Ne, Quatsch. Düngen. Düngen, meine Lieben. Ach, ne, wartet. Ne, doch düngen. Entschuldigung. Düngen muss ich doch. Wo ist da mein Dünger? Ach, den habe ich unten. Ja, und wieder an den... Die fahren heute um den Kreis. So, der Dünger ist unten. Leute, ich muss unbedingt einen... Wartet mal, ich habe eine Idee. Was ist eigentlich, wenn ich mir jetzt hier was baue? Und zwar... Ähm... Gebäude. Hallen. Boah, sind die teuer. Die sind alle so teuer. Die Scheune finde ich cool. Die Scheune finde ich irgendwie cool. Für 8.000. Was habe ich denn noch Schönes? Kleine Halle? Ach, Quatsch. Einmal drehen. Okay. Ähm... Wartet mal. Das ist eine geschlossene, ne? Ja. Aber irgendwie ist die auch cool. Für 25.000. Ach, die ist ja süß. Da passt ja nur eins rein. Ja, ich habe so ein paar Mods runtergeladen. Ach, guck mal. Ach, süß. Und die sind doch nicht mal teuer. Ich weiß nicht. Sieht das amerikanisch aus? Hm. Hm, 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 hm. Ja, jetzt ist die Frage, wo ich das hinstelle, ne? Jetzt ist die Frage, wo ich das hinstelle. Irgendwie könnte ich... Ähm... Kannst du mal... Ne, kannst du nicht. Achso, nur ranzoomen. So, wartet. Bisschen drehen, vielleicht. Überlappt. Ach, da ist ein Baum, ne? Ja. Ich guck mal kurz, weil ich muss ja auch drauf achten, wo, ne? Das fällt, äh, wegen, wegen den Arbeitern und so, wegen den Helfern, dass die das dann auch hinbekommen. Ähm, was ist das? Gott, Leute. Ich trau mich, die nicht hinzubohren. Kennt ihr das Problem? Ich trau mich... Äh, nein, ich drehen, Fanny. Äh. Ich wollte eigentlich nur die Karte drehen. Ach, komm. So. Scheiß, was drauf jetzt. Ähm, so, wartet mal. Jetzt, jetzt guck ich mal, ob die auch gut aussieht. Leute, meine erste Halle. Habe ich da gerade, habe ich da gerade einen Busch gesehen? A little bit. Na gut, und hier auch. Okay. Gut, dann ist es aber so. Aber ich glaube, hier ist jetzt auch keine Erhöhung weiter. Oh, cool. Meine erste Halle. Meine erste Halle. Dann mache ich mal ein Screenshot. Nein, nicht mit der Säge. Ach, Baby. Was ist wieder los? So. Meine erste Halle. Ähm. Mein Helfer ist da noch am Ackern. Okay. So. Okay, pass mal auf. Dann. Wenn ich schon mal dabei bin. Ah, Landschaftsbau malen. Asphalt, Dreck. Schotter. Schotter ist gut. Schotter gefällt mir. Schotter ist gut. Wartet mal. Ich brauche mal den. Malen. Pinselgröße ändern. N. M. Genau. Machen wir mal so. Pinselform ändern war mit V. Genau. So. Ich mache mal erst mal einfach nur so grob. Wow. Ich mache mal einfach nur so grob. Meine Lieben. Die Feinheiten kommen irgendwann. So. Ich finde Schotter toll. Genau. Die Halle ist aber schief platziert, Leute. Irgendwie. So ein Mist aber auch. Ähm. Das Ding ist, wenn ich die jetzt verkaufe, habe ich Verlust gemacht. Ich verkaufe sie trotzdem. Dann baue ich sie halt nochmal hin. Egal. Egal. Ähm. Welche waren das? Für 25.000, ne? Die hier. Die war das. Ich habe so ein bisschen Probleme damit. Weil. Irgendwie das Feld. schief ist. Wisst ihr? Seht ihr? Jetzt ist es wieder schief. Oh Mann. Leute. Ich kann mich nicht entscheiden, ey. Aber so sieht eigentlich gerade aus, oder? Nee. Nicht ganz. Aber unten. Oh Leute. Ich habe Angst, ey. Ich habe so Angst. Ich glaube, so wird ein Schuh draus. Ich glaube, so wird ein Schuh draus. So. Ja, ich glaube, so ist besser. Ich glaube, so ist besser. Ja. Nein. So kann ich mit leben. Okay. Wunderbar, wunderbar. So. Dann wollte ich nochmal gucken, wegen, ähm. Ich habe mir nämlich, wartet mal, wofür nicht denn das? Ähm. So ein Windrad-Dingsenbumsen geholt. Ist das bei Produktion vielleicht mit bei? Ne, Generatoren. Ah, genau. Oh, 23.000. Aber das generiert 480 Dollar im Monat. Ui, 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 ui. So wartet mal. Farmhäuser. Gibt es denn hier was schönes, billiges für mich? Mal so ein richtig schönes Farmhaus. Irgendwie so America-Style auf jeden Fall. So eine Blockhütte ist doch irgendwie cool. So eine Blockhütte. Ach so. Ja, ich, okay. Ich verstehe. Ich muss erst mal mein Zelt entfernen, ne? Aha. Aha, aha, aha. Boah, das ist eigentlich, glaube ich, echt cool. Oh, guck mal. Ah, die sind zu teuer. Die sind echt zu teuer. Hm. Gut, ich denke, dann werde ich das mit dem Farmhaus erstmal lassen. Aber, was ich auf jeden Fall machen würde wollen, wäre ein Silo. Und zwar... Ähm... So, 1,30.000. Diese Silo kann mit verschiedenen Produkten gefüllt werden. Jetzt ist die Frage, mit welchen, ne? Aber ich glaube, das ist das, was alles machen kann. Das hätte ich nämlich schon gern. So, wartet mal. Ich muss mal ganz kurz... Ähm... Hier ist der Eingang. Dann würde ich... Ach, keine Ahnung, wie ich das am besten mache, Leute. Wie mache ich das am besten? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Jetzt habe ich die ganze Folge schon hier mit irgendwelchen Sachen verbracht, ne? Und habe nichts erreicht. Hm. Landschaftsbau. Wartet mal. Ähm... Ähm... Ich werde jetzt erstmal hier... Das Feld... Als nicht mehr Feld machen. Das ist jetzt hier nicht schlimm. Okay. So, Gebäude. Silos. Ich hätte gern das Rote. Okay, aber hier ist jetzt irgendwie... Okay, aber hier ist jetzt irgendwie... Den Bohnen anpassen. Mal so ein bisschen wenig. Wenigstens, ne? Warum höre ich eigentlich nichts? Ich höre keine Töne. Ach so, jetzt... So, eigentlich könnte das doch jetzt gut aussehen, oder? So, jetzt... So, Silos. Wieder nach hinten. Einmal das. Okay. 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 So, jetzt... So, jetzt... Okay. Oh mein Gott. So. Jetzt gehe ich mal raus. Jetzt gucke ich mir das mal an. Aber ich glaube, das ist schon ganz gut geworden, oder? Das gibt, glaube ich, nicht so wirklich holbar. Hier vielleicht ein bisschen. Ja, hier ist es, glaube ich, ein bisschen holprig geworden. Aber gut, das ist jetzt erst mal nicht so schlimm. Also von daher wird das schon funktionieren. Ja, ich denke, so ist es okay. Ich denke, so ist es erst mal okay. So. Dann mache ich noch mal ein Foto. Ähm. Ja, es tut mir leid, dass das heute nicht so wirklich, ne? Was? Ich habe über 2000 Betriebskosten. Lego Mio. Gut. Der fährt noch schön und mulcht. Und dann würde ich sagen, dass ich jetzt den Anhänger voll mache und alles überlade in das andere Silo. Mal gucken. Dann kommt das hier nämlich weg, wisst ihr. Das mag ich nicht haben. So. So. Ganz langsam geht es voran auf jeden Fall. Sehr schön. Wow. Da waren die Honigpaletten, habe ich ganz vergessen. Befüllung starten. Ja. Okay, dann nehmen wir jetzt erst mal das Weizen. So, jetzt bin ich auch mal gespannt, was ich da alles reinmachen kann. Kann ich da auch die Steine reinmachen? Ich hoffe. So. Stop. Mit ihm. Ein da. Ach, die Folge ist wieder zu lang, ne? Die Folge ist einfach wieder zu lang. So, nur mach mal hinne hier. Mach mal hinne. Sehr gut. Wie gut, dass ich nicht allzu viel hier drin habe in dem alten Silo. Wow. Ups. Ja, ach so. Ja, okay. Okay. Komm, fahr mal zurück. So. Ich denke auch hier an dieser Stelle ist es ganz gut. Dann kann ich immer von dem Weg denn hier ranfahren. Aber wie man es macht, ne? Irgendwie ist man ja nicht zufrieden. Keine Ahnung. Aber ich glaube, hier ist es ganz gut an der Stelle. So, wartet mal. Ich will das jetzt nicht befüllen. Ich will... Wartet mal. Befüllung starten. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich sehen kann, was ich alles reinmachen kann. Oliven, Oliven, Sonnenblumen, Sojabohnen, Mais, Kartoffeln, Zuckerrümen, Zuckerrümen, Schnitzel, Saatgut sogar, Mischration, Futter, Häckselgut, Hackschnitzel, Silage, wow, Schnee, Streusalz, Kalk, Schweinefutter. Ich kann ja hier alles reinmachen. Okay, ich liebe dieses Silo. Ich liebe es. Definitiv. Gut, meine Lieben. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Heute ist nicht allzu viel passiert. Die Feldarbeit läuft hier laut. Helfer. Was jetzt das hier mit meinen Steinen auf sich hat, weiß ich noch nicht. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen hier umladen, damit ich hier dieses Silo verkaufen kann. Irgendwie hat er das jetzt noch mal nicht erkannt. Why not? Nein. Okay, irgendwie erkennt er das gerade nicht. Dann fahre ich also noch mal rauf. Hoppala, hoppala. So langsam. Oh, erkennt er das denn jetzt nicht? Ach so. Ja, ist okay. Ich sage dazu nichts mehr. Gut, meine Lieben. Also, vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Bye. 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 Bye.